Wir haben einen Rapper, der nennt sich Ufo. Der trägt das immer gerne. Ich bräuchte jetzt nur noch das passende Kleid zu der Brille. Da wäre ich auf jeden Fall sehr, sehr starke Konkurrenz. Komm, ob ich schon her für ihn. Das trägt immer sein Signing. Der Data Love, der läuft immer mit Schutzhelm. Meistens, wenn die Rapper so angezogen sind, dann machen die so.